Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr zugucken würdet, wenn ich gar nichts sage. Vermutlich nicht so lange. Ich trinke mal was. Ist das jetzt schon Kunst oder kann das weg? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir 22.30 Uhr und das ist normalerweise alle 14 Tage der Start der Friday Late Night. Und daher recht herzlich willkommen meine lieben Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das hier ist, wie erwähnt, die Friday Late Night um 22.30 Uhr. Wie hättet ihr das gedacht? Und heute ist das die Folge des 4. Aprils mit absolut purem Power Entertainment. Ich versuche mich hier gepflegt zu betrinken, damit ich das irgendwie aushalten kann und ertragen kann mit euch. Ich weiß auch nicht warum. Und es gibt heute eine Folge, die ist zunächst einmal geplant ohne Gäste. Vielleicht werde ich aber auch mal einen Zuschauer einfach so mit in den Anruf hineinnehmen und so mal so Domian-mäßig. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Kennt ihr das? Da sitzt der gute Domian immer in so einem Stuhl mit so einem Hirsch hinter sich. Das ist von 1 Live. Das ist so ehemalig WDR 1 und sowas. Und ich weiß gar nicht, hat der auch einen Knopf im Ohr. Und dann rufen da Leute an und erzählen irgendwie obstruse Sexgeschichten. Wir müssten das natürlich machen mit obstrusen Gaming-Geschichten, aber das wäre immer so ein Thema, was mich interessieren würde. Also dass man gar nicht jemand anderen einlädt als Gast, der sich dann irgendwie über die ganzen Bildschirme profiliert oder so. Sondern dass der gepflegte Herr Sirius hier so sitzt und alias Dr. Sirius Freud Tipps gibt zum Gaming-Geschehen. Du hast Stress mit Snipern. Quickscope regt dich nur noch auf. Elder Scrolls Online ist nicht wie Skyrim. Ich kann dir helfen. Ruf einfach an unter der Nummer G-O-O-G-L-E-H-A-N-G-A-U-U. So irgendwie. Also das fände ich persönlich mal ganz interessant. Und daher nochmal Hallo und herzlich willkommen. Da ist er, Gerald von Sirius. Ja, das ist sehr nett. Ich freue mich immer, wenn ihr alle so Hallo schreibt und Hi schreibt und doch und sowas. Das ist irgendwie einfach ein nettes Feedback. Ja, ich glaube, wir haben nicht sonderlich viel Verzögerung, habe ich so den Eindruck. Ich gucke mal ganz kurz hier in dem... Ah ne, auf meinem eigenen Video habe ich noch nicht mal den Ohrstecker reingetan. Dann haben wir doch ein ganz klein bisschen Verzögerung. Ich werde mich aber heute bemühen, ein ganz klein bisschen mehr als in den letzten Folgen auf eure Kommentare einzugehen. Ich werde natürlich einfach sinnlos, gnadenlos Themen runterrasseln, die ich hier wochenlang, wenn nicht monatelang, mit dem kompletten Redaktionsteam bearbeitet habe, damit ihr bestmöglichen Content bekommt, den man am Freitagabend haben kann. Und so für die Quote, so sieht es aus. Ich habe mich versucht, für die Call-of-Duty-Spieler nochmal hier mit dieser Call-of-Duty-Brille attraktiver zu gestalten. Und ja, während ich jetzt Kommentare lese und die ersten zwei Millionen Zuschauer gerade wieder abschalten, auf euch, auf einen gepflegten Freitagabend, ohne Sinn und Zweck, so wie immer eigentlich. Und heute, ich habe wirklich ungelogen extra keinen Gast eingeladen, denn mir fiel ein, oh Schreck, es ist ja Late Night, es ist ja schon wieder 14 Tage vorbei. Beim letzten Mal war der geehrte Stefan mit dabei, Ranzratte, das kratzte Leben und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das toppen? Und dann habe ich mir gedacht, ich kann das nur toppen, wenn ich mit euch rede, denn ihr seid ja eigentlich, ihr seid ja eigentlich der Star. Warum ich dann diese bescheuerte Brille trage, weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt erst noch zu Ende trinken, sonst, also ohne, es tut mir leid, aber ohne kann man das hier manchmal wirklich einfach nicht ertragen. Ich habe gerade beim Duddl-Club reingeschaut, die haben ein Hangout vor mir gemacht und die haben auch Bier getrunken. Das fand ich sehr vernünftig, denn wer selber YouTuber ist, der weiß seine eigenen Zuschauer. Also jetzt ohne, abseits von euch, ja, also hier, wo ist meine Hand? So, also ohne, dass ich jetzt euch meine, weil ihr seid natürlich supergeil. Also wenn, wenn irgendjemand die Top-Elite, die Top-Elite unter den Zuschauern ist, dann natürlich ihr, meine Freunde. Denn wer sollte sonst am Freitagabend nichts Besseres zu tun haben, als dem Elite-YouTuber überhaupt zuzugucken. Daher, meine Freunde, supergeil, ihr kennt das, ich, Prost, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich hätte keine Themen vorbereitet. Ich habe hier schon alles schriftlich fixiert. Ich werde jetzt aber einen Blick in die Kommentare werfen. So, die Nimiril Meier schreibt, du mir an Late Night? Sehr gut. Ja, Nimiril, ruf an. Ich nehme mich mit rein. Daniel Kaiser ist mit dabei, Halilio, Sandy Hicks ist dabei. Prost, Sandy. Freut mich auch sehr. Tobias ist mit dabei. So, ich wollte eigentlich nur Frauen grüßen heute. Ist mir wieder nicht gelungen. Mann, Mann, Mann. Gucken, wen ich noch kenne. Und hier die erste Frage. Sirius, kannst du Dark Souls Let's Playen? Das habe ich in einem Ihr Frag Sirius Sack Video beantwortet. Und zwar, ich werde das natürlich nicht... Nein, ich werde das natürlich nicht Let's Playen. Weil ich mich da zu Tode ärgern würde. Und das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck. Irgendjemand muss schon wieder weg. Was soll das? Was soll das? Wieso posten die Leute was, wenn sie weg sollen? Wo findet man den Chat? Du schreibst in den Chat, Mogels. Also der Chat sind die Kommentare. Der Chat läuft halt so im Sekundentakt für mich durch. Ich hatte schon mal zunächst überlegt, ob wir das so machen wollen. Prost, Sabine Süß. Wieder eine Frau begrüßt. Das war auch Christina Köhler. Freut mich auch. Mann, die weibliche Zuschauerquote steigt. Ich bin fasziniert. Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert. Ah nee, dann wäre es ja keine Schleichwerbung. Ich wollte Schleichwerbung machen heute. Ich habe noch Durst und ich bin so müde. Und damit ich irgendwie erfrischter bin und damit ihr euch vielleicht auch erfrischter fühlt und diese Sendung mehr genießen könnt, würde ich euch wirklich dazu raten, vielleicht auch mal was zu trinken. So wie ich. Jetzt ist der Schriftzug so blöde passiert, dass ich die Dose quasi so drinnen muss und da ist aber gar nicht das Loch. Ich trinke quasi. Das ist ja scheiße. Man tut das gut. Die Sendung wird direkt viel besser. Ich an eurer Stelle hätte jetzt schon abgeschaltet. So, nachdem ich mir noch diesen furchtbaren, ähm, nachdem ich mir noch diesen tollen Energy-Ding eingehauen habe, hatte ich mir einmal ein ganzes bisschen vorgenommen, über verschiedene Themen zu sprechen. Und natürlich ist heute das absolute Top-Thema. Ist das auf keiner meiner Zeitungen noch? Moment. Ja, Sirius liest. Nicht nur Kommentare. Sondern ich lese auch Fachliteratur wie, habe ich glaube ich schon mal gezeigt, habe ich vielleicht schon mal gezeigt und habe ich vielleicht auch schon mal gezeigt. Bitte unterstützen Sie diese Verlage nicht, denn ich kriege noch nicht mal ein Abo umsonst. Schade, ist nirgendswo drauf. Ich habe gedacht, irgendwo wäre ESO drauf. ESO, ESO, ESO. ESO, ESO, ESO. ESO hatte ich ja auch als Starttrailer gemacht. Wem das nicht sagen sollte, das ist Elder Scrolls Online. Und nein, es heißt nicht TESO. Auch wenn das manche Leute schreiben. Es heißt nicht TESO, sondern Bethesda. Entschuldigen Sie bitte mein TH. Bethesda. Bethesda hat wirklich selber bei Pressegesprächen ESO dazu gesagt. Elder Scrolls Online. Nicht TESO. So, und leider ist auf keiner meiner Zeitungen ESO drauf und anscheinend scheint ESO komplett unwichtig zu sein und wesentlich wichtiger ist Kühlung 2.0 Watchdogs und hier der alte Mann, wie heißt der nochmal? Snake Plissken. So. Also die sind alle wichtig. Elder Scrolls Online scheint nicht so wichtig zu sein und so kam mir das auch vor. Und ich wurde heute schon gebeten, bitte nicht nur über ESO zu reden. Hallo Jackie. Und ich habe mir gedacht, aber da das aktuell, ja nun mal, Leute, was soll ich machen? Heute ist der 4.4.2014. Genauso ist euch aufgefallen, das Skyrim ist am 11.11.2011 erschienen und ESO am 4.4.2014. Das ist doch irgendwie nett, oder? Das ist so cool mit den Daten drehen, das finde ich irgendwie ganz gut. Witziger Deal, sozusagen. Und am offiziellen Launch Release Tag von The Elder Scrolls Online, da muss ich doch natürlich darüber reden, oder? Da kann ich das doch nicht außen vor lassen. Auch wenn das einige vielleicht möchten. So. Ähm. So. Ich bin schon wieder kletschernass geschwitzt hier. Bei diesem ganzen Entertainment wirklich. Und die Maske hat heute frei. So. Elder Scrolls Online. Ähm. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne mal eure, eure Meinung dazu reinschreiben. Ich muss gestehen, ich habe vorhin noch eine Folge aufgenommen, das ist glaube ich dann ESO der Start Teil 4 bei mir, oder irgendwie so, wenn ich das Video nenne, ich habe es noch nicht hochgeladen, weil ihr solltet die Late Night gucken. Und ich muss gestehen, es gefällt mir besser, als ich das gedacht hätte. So. Und jetzt sind ja ganz viele drauf und dran und sagen, so. Vor allen Dingen Skyrim Spieler wie ich, machen da gerne mal so. Und das finde ich vollkommen zu Unrecht. Denn es ist einfach ein anderes Spiel. Auch ich habe erwartet, ein Skyrim 2 zu bekommen, auf jeden Fall noch irgendwie vor zwölf Monaten, was ich vielleicht mit Freunden spielen kann. Aber nein, es ist ein World of Warcraft im Elder Scrolls Universum. Und so muss man das Spiel ganz einfach angehen. Und dann muss ich sagen, dass es mich überrascht hat, dass ich doch Bock drauf habe, das zu spielen. Ich hatte damit, ich habe mich bei der Beta ungefähr 25.000 Mal angemeldet und irgendwie wurde ich ständig ausgelockt. Ich konnte mich nicht einloggen. Mein Passwort wurde nicht erkannt, meinen Username gab es nicht. Dann habe ich dem, dann habe ich dem Support geschrieben und habe gesagt, hier, mein registrierter Name ist, mein Benutzername ist, meine E-Mail-Adresse ist, ich kann mich nicht einloggen. Dann haben die geschrieben, ja, eventuell hast du einen falschen Klient runtergeladen, hier folgt mir dem Link und so, mit deinem Account ist alles okay. Ich wieder, Name, Passwort, Benutzername, immer so, kein Einloggen, kein Einloggen. Das wirklich so, bei 17 gefühlten Accounts, ich schon so, super, das funktioniert ja, toll hier, da habe ich richtig Bock drauf, da mitzumachen. Und im Endeffekt ging es mir bei der Beta wirklich mega auf den Sack. Ich weiß nicht, ob nur ich Pech hatte, aber ich konnte mir noch nicht mal neue Passwörter schicken lassen, weil dieses Huren, dieses, dieses Sohn-Programm, ständig gesagt hat, irgendwie, es gibt deinen Benutzernamen nicht, es gibt deine E-Mail-Adresse nicht und der Support so, mit ihrem Account ist alles okay. So, und jetzt habe ich mir dann den 168. Und das Geile war, ich hatte auf einem Account, hatte ich einen Account, der hieß Sirius, nur wirklich Sirius und der ist natürlich jetzt belegt und jetzt ist es X Sirius X, so wie die coolen Sniper, X, 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 Sirius X, 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 aber nur mit einem X, also X Sirius X. Falls ihr mich ändern wollt, edit nicht X Sirius X, edit den normalen Sirius, der kann sich nicht einloggen. So, ein bisschen Werbung für heute, präsentiert von Gerold Steiner. Wer dir schon mal aufgefallen ist, ich saufe eigentlich tierisch viel während diesen Late Nights, weil ich ja durchrede. Das bedeutet, ich brauche da einen gut belüfteten, gut befeuchteten Rachen für besseren Redefluss. Ich frage mich manchmal, eigentlich müsste ich auch zwischendurch immer fünfmal Pinkelpause machen. Eventuell sollte es Werbeblöcke gehen, bei denen ich schnell so zum Klo rennen kann oder heimlich in die leere Flasche pinkel. Dafür hätte ich dann noch hier diesen Petit Bistro Becher da. Wobei da, ich sage jetzt mal so, einfacher Vergleich, ich trinke das und ich habe nur das zum Befüllen. Das wird schwierig. Wir werden das heute nicht live probieren, kann ich jetzt schon mal sagen. So, wo war ich stehen geblieben? Ich bin schon wieder vollkommen vom Thema abgewichen. Auf jeden Fall, bei der Beta war es noch so, ich habe die Beta halt auch weitergespielt und die Beta hat mich irgendwie so, ich weiß es nicht. Das war wirklich so, alle so, mach mal Beta-Video, mach mal Beta-Video und ich hatte wirklich so Zugänge und Erlaubnisse, Beta-Videos zu machen, was ja eine ganze Zeit lang nicht erlaubt war und da hat es mich einfach nicht gepackt. Und jetzt ist die Vollversion da und die ich jetzt spiele. Ich könnte jetzt wirklich Werbung machen und zwar ist meine Vollversion recht herzlichen Dank von gameladen.com, die mir diese Version zur Verfügung gestellt haben und ich habe jetzt da diese, ich hatte vorher diesen Headstarter-Key, dass man drei Tage früher rein konnte, heute den vollen Key bekommen, dass man ganz normal spielen kann und es gefällt mir, das tut mir fast schon leid, ich habe immer das Gefühl, ich sollte das haten, weil es alle haten wollen, aber es gefällt mir irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es. Aber das Abo-Modell ist natürlich tierisch scheiße. Das muss man natürlich trotzdem ganz, ganz laut sagen, während man eigentlich sagt, mir gefällt es eigentlich ganz gut und ich habe schon 60 Tage gebucht. Aber das Abo-Modell ist tierisch scheiße. Also das Abo-Modell würde ich auf keinen Fall bezahlen. Und wisst ihr, was überhaupt der Witz ist? Das mache ich jetzt, das sage ich jetzt nach einer kurzen Werbung-Unterbrechung von Gerald Steiner. Dem Wasser meiner Wahl. Und zwar, was ich, also generell finde ich es eigentlich unzeitgemäß und ich finde es auch, ich empfinde es auch ein Stück weit als frech oder ein Stück weit als unangemessen, ein Abo-Modell anzubieten, bei dem ich für ein Spiel eventuell bei GameLaden kommt, kostet es glaube ich, ich mache jetzt keine Werbung, aber bei GameLaden kommt, kostet es 38 Euro, glaube ich. Wenn ihr das über meinen Link, habe ich einen Link reingepostet? Nein. Sonst hätte ich daran Geld verdient. Ich verdiene überall mit Geld. Auch mit GameLaden.com. Danke. Danke dafür. Wofür könnte ich noch Schleichwerbung machen? So, auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, man bezahlt da 40 Euro oder wenn ich das Original im Shop kaufe, 50, 60 Euro. Und das kostet in der Tat Abo-Gebühren und man kann das buchen monatlich, dann sind es glaube ich 13 Euro, man kann es buchen dreimonatlich, dreimonatlich, quartalsmäßig oder direkt für ein ganzes Jahr und das wird immer, das wird so gestaffelt. Ich sage jetzt mal, ich glaube, dass drei Monate haben gekostet, weiß ich jetzt nicht, ein bisschen weniger. Ich sage jetzt mal, ein Monat kostet 13 Euro, wenn du drei Monate kaufst, bezahlst du vielleicht 11,50 Euro und wenn du direkt zwölf Monate kaufst, bezahlst du vielleicht 10 oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Was aber in der Tat, wenn ihr das noch nicht besitzen solltet, in dem Moment, wenn du, wenn du deinen Key einlöst, also wenn du auf dem Elder Scrolls Online Portal innerhalb deines Profils kannst du den Code einlösen, wenn du es nicht direkt bei Bethesda gekauft hast, dann löst du da deinen Key ein und in dem Moment, wo du deinen gekauften Key, den gekauften Key für das Spiel einlöst, sagt Bethesda dir, danke fürs Kaufen und jetzt buch erst mal unser Abo-Modell. Bethesda mag mich eigentlich. Ich mag eigentlich auch Bethesda, aber jetzt so mal zum Abo-Modell kann ich mich ja schon mal fragen, was soll das? Also denn, wirklich in dem Moment, wo du das Spiel einlöst, in dem Moment, wo du ein gekauftes Spiel einlöst, musst, 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 ohne Wenn und Aber, glaube ich, wie präzise, wie präzise ich vorbereitet bin, also ohne Wenn und Aber, glaube ich, dass man dann nämlich sofort auswählen muss, welches Abo-Modell man haben möchte. Also es gibt keine Chance, weiter zu machen. Also du löst deinen Key ein und direkt kommt, Dankeschön, wählen Sie ein Abo-Modell, monatlich, dreimonatlich, für ein Jahr oder geben Sie einen Code ein, wenn Sie Tage gekauft haben. So und vorher geht es nicht weiter. Dabei ist bei der Vollversion des Spieles ein 30-Tage-Zugang. Sollte eigentlich irgendwie sein oder so. Auf jeden Fall habe ich mir dann nochmal einen 60-Tage-Key gekauft. Ich habe mich also nicht für das Abo-Modell entschieden. Also man kann bei Bethesda ein Abo-Modell machen über Kreditkarte, dass also monatlich einfach 13 Euro abgezogen werden. Und man kann das auch, dann stand auch so, Sie können das auch jederzeit ändern. Und dann habe ich gedacht, ja, aber auf was ändern? Auf einen höheren Betrag oder kann ich auch jederzeit kündigen? Das war nicht sofort so erkenntlich und dann habe ich mir gedacht, ja, dann, dann mache ich doch folgendes, dann kaufe ich halt so einen 60-Tage-Key. Also genauso wie man das Spiel als Key kaufen kann, kann man eben auch einen 60-Tages-Key kaufen und habe den 60-Tage-Key eingelöst. Und ich bin dann davon ausgegangen, beziehungsweise war es auch so beschrieben, dass wenn du Elder Scrolls Online kaufst, dass da die ersten 30 Tage dazugehören. Dann habe ich meinen 60-Tage-Key eingegeben und da stand, herzlichen Glückwunsch, Sie können noch 59 Tage spielen. Was? Moment. Neue Version des Spiels, einen Monat lang gratis, 60 Tage gekauft, macht für mich so ungefähr 90 Tage. Also ungefähr drei Monate. Was steht da? Herzlichen Glückwunsch, Sie können noch 59 Tage spielen. Also, und dann kam von mir, herzlichen Glückwunsch, super gemacht. Das sollte man nicht zeigen, ich hoffe, jetzt guckt wieder keine Mutter von irgendjemandem zu, aber falls irgendeine Mutter zuschauen sollte, was wir des Öfteren mal haben, dass ein jüngerer Zuschauer mit seiner Mutter schaut, die vielleicht in meinem Alter ist und interessiert daran wäre, wenn sie besonders so glücklich ist, mich noch kennenzulernen, dann würde ich sagen, das gilt jetzt nur einem unverschämten Abo- und Marktmodell und Geld-Cashdown-Modell, was ich nicht gutheißen kann. Ich habe lange überlegt, ob ich über dieses Abo-Modell herziehen soll und ob ich dazu mal ein Video machen soll und nicht nur in der Late-Night-Uhr rede. Es ist aber in der Tat so und darauf hat mich ein Zuschauer gestoßen, dass, wenn man, okay, wo ist das Taschenrechner? So, ich bin ja blöd. So, jetzt kommt Sirius für Blöde. Also nehmen wir mal an, das Abo-Modell wäre 13 Euro mal 24 Monate. Nehmen wir mal an, wir wollen zwei Jahre lang Elder Scrolls Online spielen. Ich spiele Skyrim ungefähr seit dem 11.11.2011. Zwar nicht durchgängig jeden Tag, aber ich spiele es immerhin bis zu dem 4.4.2014. Das bedeutet, das wären 24, 25, 29 Monate, ist das richtig? Ich glaube ja, ich spiele das, glaube ich, seit 29 Monaten. Das bedeutet, wenn ich, ich spiele Skyrim seit 29 Monaten und habe Skyrim einmal gekauft. Ich muss jetzt gestehen, ich bin so ein Spezialfeld. Ich habe es halt für die Xbox 360 gekauft und für den PC, was ja ungewöhnlich ist. Ich besitze es halt für zwei Systeme. Habe ich es für den PC gekauft oder gesponsert gekriegt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Es ist natürlich jetzt unfair, weil ich ja so ein Typ bin, der gesponsert bin und der es eigentlich nicht bezahlen muss. Aber ich kann mir ja zumindest wertmäßig errechnen oder erdenken, was das wert ist. Also nehmen wir mal an, ich bin ein ganz normaler User. Ich kaufe mir einmal Skyrim für den PC, weil es da am schönsten ist und weil es da die Mod-Erweiterung gibt. Dann hat mich das vielleicht zum Release 60 Euro gekostet, wahrscheinlich eher 50 oder 40. Sagen wir mal 50 Euro. Das wäre für ein PC-Spiel schon ein hoher Kurs, aber für 50 Euro, das denke ich, ist realistisch. Das bedeutet, ich könnte Skyrim am 11.11.2011 gekauft haben und mit diesen 50 Euro bis heute gezockt haben und bis heute mache ich noch Videos dazu, weil es einfach ein sehr interessantes Spiel ist, grafisch absolut opulent mit den Mods und dieser Modding-Community macht mir das eine Menge Spaß. So, wenn ich jetzt Elder Scrolls Online die gleiche Zeit lang spielen möchte und ich darauf erhoffe, dass Bethesda das genauso lang zweieinhalb Jahre so supportet, dass ich sage, ja, das ist das Spiel meines Lebens und das ist das Spiel. Ich will immer dabei sein. Ich habe Tag und Nacht gefarmt. Ich habe mir schon einen Bart wachsen lassen, damit ich aussehe wie der Troll selber und ein Leben habe ich auch nicht mehr und dann würde ich bezahlen für diese Zeit, die ich jetzt Skyrim gespielt habe, alleine an Abo-Gebühren 377 Euro, wenn ich das monatlich buche. Okay, ich könnte natürlich jetzt Jahresrabatte nehmen und nur 300 bezahlen, aber zu diesen, wenn ich das monatlich buche, 377 Euro und dazu käme der Kaufpreis, ich habe es jetzt besonders billig bekommen für 38 Euro, dann wäre ich jetzt bei dieser Spielzeit bei 415 Euro angelangt. Hallo Martin vom Daddl-Club, wir lieben dich, schreibt er. Wir lieben auch den Daddl-Club. So, und dann muss man einfach sich jetzt mal so überlegen, 415 Euro im Gegensatz zu 50 Euro macht eine Differenz von 365 Euro. Wie interessant. Genauso viele Euros, wie der es Jahr Tage hat. Oder bin ich zu betrunken dafür? Ne, also, aber mal ohne Scheiß, wenn ich das zwei Jahre lang spielen will oder zweieinhalb Jahre lang spielen will, dann bezahle ich wirklich 400 Euro. 400! Für ein Spiel! Nicht für 10 Spiele! Was da los, Bethesda? Habt ihr irgendwie einen Hau weg oder was? Oh man, ich sollte nicht über die schimpfen. Eigentlich sind die immer so nett zu mir und eigentlich mag ich auch sehr die Spiele von denen. Ich muss wirklich sagen, ich mag Elder Scrolls Online wirklich wesentlich mehr, als ich das gedacht hätte. Ich mag Skyrim super sehr, ich freue mich mega aufs neue Wolfenstein und auch auf die Doom Beta und auf hoffentlich neues Fallout und auf Skyrim 2 und was weiß ich, was ihr noch alles so produziert. Ich mag wirklich fast alles, was die produzieren. Ganz tolle Firma. Ey, mal 400 Euro? Habt ihr den Schuss nicht gehört, oder? So! Jetzt schreibt hier einer, vergesst mal ESO, es gibt noch andere geile Games. Das stimmt. Da schreibt der Palocke. So! Und Caminero, Entschuldigung, schreibt, wenn ESO keiner kaufen würde, dann würden sie es auch ändern. Genauso wie bei Star Wars The Old Republic geschehen ist. Und das habe ich mir auch gedacht, Star Wars The Old Republic ist vielleicht eines der besten Beispiele von Elder Scrolls, Quatsch, von Elder Scrolls, von Electronic Arts gepublished, von Bioware entwickelt und hätte man auch gesagt, super Game, super Fanbase, super, super, super geil, super Franchise, super geil und so und ist auch total abgekackt. So, ich muss jetzt sagen, ich habe mir das jetzt für 60 Tage, zumindest für 59 Tage, Entschuldigung, ich darf ja nur 59 Tage spielen, ich werde mir das jetzt eventuell 59 Tage lang reintun, vielleicht spiele ich es aber wieder, wie das bei mir ganz oft wieder so ist, nur 7 Tage und dann verwerfe ich das Ding wieder, ich weiß es noch nicht, ich habe aber jetzt die Möglichkeit, das so lange zu spielen und eventuell mache ich das auch so lange. Und ich sage jetzt mal so, wenn es mir fantastisch gefallen sollte und wenn die wirklich, das muss man bedenken, die sagen immer, für dieses Geld gibt es ständig neue Inhalte, das bedeutet ja, nächsten Monat müssen für diese 13 Euro schon neue Inhalte da sein, denn ein DLC wie Dragonborn oder Dawn Guard, der ungefähr das gleiche gekostet hat, waren fantastisch, waren riesige neue Inhalte, bedeutet das, ich bekomme jetzt in diesen zwei Monaten, die ich jetzt schon gekauft habe, zweimal neue Inhalte. So, genug drüber aufgeregt, aber das wäre dann angemessen, ich werde das jetzt zwei Monate lang ein bisschen spielen und dann gucken wir mal. So, so, so. Skyrim Tuner schreibt, für ihn wäre es das nichts und er moddert lieber Skyrim weiter und kauft sich für 400 Euro jährlich eine neue Grafikkarte. Ich habe noch eine EFGA GTX 780 zu verkaufen, im Referenzdesign. Wenn du die brauchst, Skyrim Tuner, nicht mal 400 Euro. Olaf Tools schreibt, er kann sich ein Porsche dafür mieten und eine Runde damit Spaß haben. Ich sage dir, für 445 Euro kannst du maximal in einem Porsche mitfahren und eine Runde Spaß haben, aber dafür kannst du keinen Porsche mieten. Nein. Denn, ich muss euch gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin jahrelang am Nürburgring in Boxengassen unterwegs gewesen und habe dafür ein Porsche-Team so Media-Arbeit gemacht. Das heißt, Fotos, Videos, Pressearbeit, Presseartikel geschrieben, Artikel an die Zeitung geschrieben und solche Geschichten. Also, da kenne ich mich so ein bisschen aus. Ich bin sogar bis, das weiß ich gar nicht, passt das überhaupt hierher? Es ist eine Gaming-Sendung, 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 Gaming-Sendung. Aber ich bin in der Tat sogar mal nach Dubai geflogen zum 24-Stunden-Rennen und da ist mein Team Zweiter geworden. Leider nicht gewonnen, aber Zweiter geworden. So, ganz toll. 24-Stunden-Rennen in Dubai, Boxengasse geschlafen, Kamele, Ferraris, Scheichs, Londinen, Hostessen, alles tolle Zeit. So. Gut. So, 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 so. Jetzt lese ich Kommentare. Fabinho fragt, wie lang geht die Late-Night heute? Normalerweise geht die Late-Night anderthalb Stunden oder manchmal auch nur, wenn ich alleine bin, manchmal auch nur eine Stunde und normalerweise mit Gästen bis, mit Gästen geht es ja eigentlich anderthalb Stunden. Normalerweise versuche ich immer bis zwölf Uhr fertig zu sein. Jetzt habe ich mich aber schon die erste halbe Stunde so in Rage geredet über LS Calls Online, dass ich mir denken könnte, wir kriegen auch so mal solo die Stunde voll. Das war eigentlich gar nicht geplant. Mensch, Mensch, Mensch. So, so, so. Ja, was hatte ich noch für Themen? Jetzt kann ich das ganze ESO-Thema schon mal streichen. Zack, habe ich abgearbeitet, abgearbeitet, abgearbeitet. Ist eigentlich irgendjemand aufgefallen, dass ich die 20 Millionen Videoaufrufgrenze überschritten habe? So, und hätte ich jetzt, hätte ich das vorher gut vorbereitet, hätte ich jetzt dieses blöde Google Hangouts Tool, Regisseur Google Effects, Google Effects ist das, glaube ich, dann hätte ich jetzt mir selber Applaus einblenden können. Das wäre zwar sehr elitär gewesen und sehr anmaßend und sehr so, puh, aber ich hätte das gut gefunden. Wir tun einfach so, als hätte ich das noch nicht gesagt und, ähm, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass ich die 20 Millionen Videoaufrufgrenze überschritten habe diese Woche? Ey, das ist echt so nett von euch, dass ihr mir gratuliert und das so klatschen und so, das finde ich total toll. Also das ist wirklich so eure Begeisterung, die zu spüren und so, das macht mir jedes Mal dann wieder Spaß, Hangouts zu machen und so. Dann weiß ich, der Freitagabend ist nicht komplett verschwendet und verschenkt und ich schwitze schon wieder hier, ne? Sind mir aufgefallen, diese Fotolampen sind scheiße warm. So, äh, äh, ähm, herzlichen Glückwunsch, endlich schreibt mal jemand herzlichen Glückwunsch. Mensch, das hat aber auch gedauert hier. Mann, Mann, Mann. So, ich könnte noch ein paar Neuigkeiten ansprechen und zwar, ähm, vielleicht ist euch das aufgefallen, White Titi wurde beklagt oder, äh, ähm, 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 wurde beklagt, wurde, wurde angeprangert vom ZDF, glaube ich, wegen Schleichwerbung. Kann ich nicht verstehen. Warum sollten die wegen Schleichwerbung angeprangert werden? Nur weil die Cola trinken und ganz unauffällig Samsung-Handys ständig, oh. Und die ganze Zeit irgendwelche Handys ins Bild halten oder so. Kann ich nicht verstehen. Schleichwerbung ist das doch nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Auf jeden Fall sollte das eigentlich auch heute ein Thema sein, dass ich mir gedacht habe, Werbung! Und zwar habe ich ja auf Facebook am 1. April sensationell bekannt gegeben, dass ich, ähm, was habe ich geschrieben? Moment, ich lese euch das vor, weil, äh, wer folgt mir eigentlich von euch nicht auf Facebook? Frechheit. Frechheit, Unverschämtheit. Ich gebe mir da so viel Mühe, so viel Privates, Persönliches, Ergreifendes zu teilen und so, dass ihr mir da wirklich folgen solltet. So, und da habe ich am 1. April gepostet, 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 Ich freue mich ab heute powered bei Asus zu sein. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit wird es mir möglich sein, auch weiterhin im Wettrüsten, um den besten PC optimal vorbereitet zu sein und die geilste Gaming-Grafik für YouTube bieten zu können. Ich sage an der Stelle einfach nur mal Danke an Asus für das Vertrauen in mich und die damit verbundene Kooperation. Und da ich das am 1. April gepostet habe, ähm, dachten viele, das wäre ein April-Scherz und haben so, ha, 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 April, April und so gepostet. Und, ähm, das hat mir selber gut gefallen. Ja, also mir hat das selber gut gefallen, dass ich so eine Nachricht an so einem Tag raushaue, weil es einfach so ein bisschen sowas, äh, ironisch angehauchte hat und so. Aber in der Tat ist es wirklich so, dass ich jetzt von Asus gesponsert werde. Und, ähm, das wollte ich eigentlich so mal, äh, beziehungsweise auch dann war es so, dass ich in meinem Header, wo ich normalerweise, da steht immer so, Frank Sirius macht irgendwas mit Videospielen oder sowas, und dann ist da ganz häufig so ein Gaming-Hintergrund hinterlegt. Und diesmal war dann wirklich groß und dick so einfach Asus. Asus. Wie spricht es das eigentlich, spricht sich das in Englisch auch Asus aus oder heißen die da Asus oder was weiß ich. Also bei uns, bei mir ist es Asus, ich kann es nicht anders. So, und dann hatte ich das dahinter genommen und da war das, der erste Kommentar und der erste Post war wirklich Schleichwerbung, Fragezeichen, Sternchen, Smiley, Fragezeichen, große Augen, kleine Augen und so. Und, nein, nein, wenn ich so dick irgendwo Asus hinschreibe und da auf der Seite steht, Powered by Asus, dann ist es keine Schleichwerbung. Wenn bei Titi immer so macht, lecker Cola, hier ist auch nur die Dose von vor drei Wochen, dann mag das vielleicht Schleichwerbung sein, aber wenn man sagt, man wird unterstützt von einem Hersteller, dann ist das keine Schleichwerbung, sondern dann ist es, liebe Freunde, Werbung. So, das bedeutet, ich bewerbe jetzt Stein auf Bein, ich bewerbe eigentlich eh schon die ganze Zeit irgendwelche Sachen, beziehungsweise, ich hatte ja auch schon vorher irgendwelche Partner und im Moment ist es ganz einfach, dass ich mit GameLaden zusammenarbeite, die mir die Keys geben und die mich auch mit einer Provision bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das interessiert, aber ich habe mir gedacht, das kommt einfach mal so ein bisschen authentisch darüber, wenn man auch darüber redet, anstatt immer nur so zu tun, ja, das gibt es, das gibt es und so und dann alle so, ja, heimlich Geld einsacken und also bei Asus ist es so, da ist es halt ein Produktsponsoring quasi und das geht manchmal noch in Kleinigkeiten darüber hinaus, also dass ich jetzt zum Beispiel, ich bekomme jetzt nochmal eine neue Grafikkarte und ich bekomme jetzt in Zukunft nochmal neues Equipment zugeschickt und solche Geschichten, da werden wir jetzt im März, April nochmal ein bisschen zusammen, nee, im April, Mai nochmal ein bisschen mehr zusammenarbeiten und so und das Großartige ist dabei eigentlich, ohne dass ich das jetzt feiern möchte oder so irgendwie pushen zu möchten, niemand von Asus hat gesagt, was ich zeigen muss, niemand von Asus hat gesagt, was ich sagen muss und ich habe zum Beispiel die freie Wahl bei Produkten wie, oh, jetzt ist mir der Knopf aus dem Ohr gefallen, wobei mir auffällt, ich brauche den Knopf gar nicht, sind ja gar keine Gäste da, wie bescheuert war das jetzt eigentlich? Da habe ich seit Stunden einen Knopf drin, ohne irgendwas zu sagen. Also ich kann zum Beispiel jegliches andere Headset, jegliche andere Maus, jedes andere Keyboard und so weiterhin ganz normal vorzeigen und so und niemand sagt, was soll ich machen sollen und niemand sagt, dass ich Asus loben soll und so, aber ich habe gedacht, wenn es jetzt so ist, dann habe ich gedacht, ist das vielleicht auch mal so ein Thema, was man ansprechen kann, dass man sagt, ja, wir YouTuber verdienen ja an YouTube und ich muss sagen, ich verdiene eigentlich an Werbung manchmal mehr als an YouTube, weil YouTube ist irgendwie im Moment keine besonders gute Einnahmequelle und eigentlich bin ich so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil unter dem letzten Video, was da hieß, ihr fragt, Sirius sagt, Part 7, da kann man mir immer Fragen stellen, die ich dann versuche, einigermaßen kurz und knapp in so Minuten, zwei Minuten Takes zu beantworten, da wurde von Apfelkasten gefragt, manchmal bist du total enthusiastisch und kaufst Equipment für bessere Videos, dann willst du es manchmal hinschmeißen, dann äußerst du dich negativ, was motiviert dich noch, ist YouTube ein Hobby oder ist YouTube eine Verpflichtung und dann gibt es halt auch immer ganz wieder, ganz oft, im Gegensatz zu diesen, ist es so eine Pflicht, das zu machen, gibt es auch immer wieder ganz oft die Frage, was bin ich hauptberuflich, lebe ich davon und so und da habe ich mir gedacht, eventuell ist das für den einen oder anderen interessant, darüber zu reden, ich weiß es jetzt nicht so genau, also grundsätzlich wollte ich einfach nur mal das mit eingebaut haben, dass ich halt gesponsert werde, dass ich Sachen zur Verfügung bestellt bekomme und da auch nichts Schlimmes dran finde, solange man einfach ganz klar sagt, hey, ich bekomme das Zeugs dafür umsonst und kann halt darüber reden und das ist für mich ein großer Vorteil, da ich einfach nicht hunderte von Euros in Equipment stecken muss und dann auch hoffentlich euch dann irgendwie einfach was darüber erzählen kann und da auch nicht irgendwie gezwungen werde zu irgendwas. So, fand ich jetzt relativ uninteressant das Thema eigentlich, oder? So, und jetzt habe ich auch schon alle vorbereiteten Themen hervorragend abgearbeitet, außer dass ich mir noch so ein bisschen gedacht habe, wir könnten mal darüber reden, was gibt es noch für Spiele nebenbei oder was ist eigentlich zum Beispiel auch ein ganz großes Thema die ganze Zeit? So, dieses Spiel, was ich im Moment schon wieder so ein bisschen links habe liegen lassen, nicht weil es mir nicht mehr gefällt, aber weil ich merke, ich bin Multiplayer-süchtig. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber bei mir ist es generell so, dass wenn ich ein Spiel zocke, ein Multiplayer-Spiel, wo ich gegen andere spiele, dann kann ich nicht eine Viertelstunde spielen, ein Video machen und dann sagen, ach ja, schön, ich habe jetzt eine Viertelstunde gespielt, das mache ich bei Elder Scrolls Online. Ich habe vorhin Elder Scrolls Online gespielt, ich hatte nicht so viel Zeit, aber ich habe gedacht, ich würde gerne eine neue Folge aufnehmen, ich würde gerne ein bisschen spielen, dann habe ich das Spiel ungefähr 25 Minuten an, nehme 20 Minuten auf und dann ist das Thema durch. Dann habe ich das Video für morgen. Ja, also morgen kommt eine neue Folge Elder Scrolls Online, wie ich das spiele und was ich da so erlebe, zu sagen habe, wie ich zum ersten Mal zwei Skill-Punkte von drei verteile. Oh, Sirius-Verteil, Skill-Punkte, wow. Und dann habe ich wirklich, ich sage jetzt mal, ich spiele 20 Minuten, ich habe ein 20-Minuten-Video. Wenn ich solche Spiele spiele, die ich Multiplayer-mäßig mag, spiele ich vier Stunden und habe manchmal gar kein Video. Was für einen Gaming-Kanal furchtbar beschissen ist. Denn ich merke, ich steigere mich da so ein, ich muss so spielen, spielen, nur 18 Kills, scheiße, sechsmal gestorben, 3er-KT will keiner sehen, jetzt muss ich 25 und ich werde dann total, also ich werde jetzt nicht, ich will nicht sagen, ich werde so hektisch, aber ich werde echt so verbissen, dass ich so, ich spiele ja mit dem Pad am PC, also das sieht dann ungefähr so aus. Und dann kommentiere ich das ja noch dabei und dann manchmal so, dann sagst du so, ah ja und jetzt läuft es total cool und oh man, schade, mal einmal draufgegangen, aber wenn man hier so kommentiert, dann ist das so und dann nochmal draufgegangen und jetzt leck mich doch, scheiße, zum siebten Mal und dann, fuck doch, scheiß Aufnahme aus. Dann ist es wirklich, dass du zehn Videos beginnst zu kommentieren und zehn Videos irgendwie nach drei Minuten die Aufnahme abbricht, wenn du denkst, leck mich doch mit deiner scheiß Auto-Aim-Pistole und so und du das Ding wirklich ausmachst. Und daher ist es für mich bei solchen Spielen extrem schwierig, Videos zu machen. Und meine Zeit ist ja nun mal begrenzt. Das heißt, meine Zeit, die ich für YouTube aufwenden möchte, sollte nicht acht Stunden am Tag betragen, sondern vielleicht eine. Oder von mir aus, wenn es ein Zocktag ist, von mir aus auch mal zwei oder so. Ja, aber viel mehr möchte ich an Zeit eigentlich nicht daran investieren, weil ich habe ja ab und zu auch noch was anderes zu tun. Wobei, meine lieben Freunde, am Dienstag fängt man eine neue Putzfrau an. Habe ich mir jetzt mal gegönnt. Wir YouTube-Profis, wir haben es ja. So und, nee, YouTube-Money oder wie schreibt ihr, sagt ihr nochmal. So und, hey Sirius, kannst du mal sagen, hi Noel, ja, mach ich gerne für dich Daniel, hi Noel. Wer immer das auch ist, Kumpel, Freund, dein Sohn, hi Noel, schön, dass du dabei bist oder das hörst oder der Daniel danach gefragt hat, mach ich gerne. Also für den Daniel reicht es gerne. Und für den Noel natürlich auch. So und, ähm, wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich erzählen? Titanfall, Putzfrau, YouTube-Money, oh man sieht meine Hände gar nicht, Titanfall, Putzfrau, YouTube-Money, Noel vorgelesen, sinnlose Kommentare, Sirius hat keinen Plan mehr, hoffentlich ist es schon 12, dass ich bald aufhören kann und keiner mehr merkt, dass ich überhaupt keinen Plan habe. Oh, äh, Verzeihung. So 23 Uhr 7, noch 53 Minuten, was machen wir da? Ähm, ja, also generell, ähm, wollte ich eigentlich nur sagen, dass diese Multiplayer-Videos mir relativ schwer fallen für YouTube und dass ich deshalb auch Titanfall schon wieder so ein bisschen, ähm, an die Seite geschoben habe, weil ich ja aktuell noch ähm, zwei andere Spiele spiele und da vermutlich demnächst noch ein, oh das habe ich gesehen, warte, das kann ich wieder reinhalten, Moment, wo ist das? und vermutlich demnächst auch noch ein anderes fantastisches Let's Play anfangen werde, wobei Let's Play mir persönlich gar nichts bringt. Also Let's Play bringt mir keine Zuschauer und nur Frust und nur blöde Kommentare und trotzdem mache ich es irgendwie noch. YouTube ist mein Hobby, ich mache es so gerne und dann werde ich das hier spielen. Ich kann jetzt leider keinen Herr der Ringe Sound oder Hobbit Sound. Stellt euch einfach vor, das wäre ein Hobbit Sound. Das hört sich mir an wie Kerr mit der Frosch, oder? Ich kann jetzt dafür, aber ich habe wirklich Bock, ich werde das hier spielen. Ich weiß nicht, ob bis zum bitteren Ende, aber ich werde das auf jeden Fall jetzt spielen. Das kommt raus am, ist das richtig, am 8.4.? Ich glaube schon. Ich glaube am 8.4. erscheint Lego der Hobbit. Der kleine Hobbit, das handelt von der Geschichte des ersten und des zweiten Filmes, wobei ich den zweiten Film noch nie mal gesehen habe, was für einen Betrug. Und ähm, ich werde trotzdem so tun, als würde ich mich voll auskennen und da so voll auf Fachmann machen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung mehr habe. Aber in der Tat spiele ich dann, im Moment spiele ich dann South Park Thief und Hobbit. Hobbit zum Glück ein Spiel ohne TH, was mir dann nicht immer, äh, einfach den Spaß, äh, verdirbt. So, ähm, ich werde hier noch gefragt, äh, Goat Simulator, oder beziehungsweise schreibt das jemand hier, ähm, in den Kommentaren, der Goat Simulator, ich wollte mir den eigentlich auch angucken, und ich glaube, ich glaube, dass ich darüber lachen würde, weil es halt, weil es halt eine verpackte, verkackte, ich wollte gerade sagen, weil es eine verkackte Bug-Version ist, von einem Spiel, was noch gar nicht funktioniert, was ja einfach irgendwie so eine Simulation, das sollte ja, glaube ich, einfach irgendwie eine Simulation sein, von irgendeiner Engine, oder von irgendwas, ist das richtig? Und dann haben die so ein Video davon hochgeladen, und dann haben die Leute das so gefeiert, das ist, da machen wir dann ein Spiel draus, oder irgendwie so, das habe ich auf jeden Fall gelesen, entschuldigt, wenn das so falsch sein sollte, und, ähm, ich glaube, dass ich das lustig finden würde, ich habe bei dem Max Maron, bei dem Uwe, habe ich mal da reingeschaut, und ich fande das persönlich lustig, was es da zu sehen gab, und ich glaube, dass ich auch so, das mit meinem eigenen Humor, so belächeln könnte, drüber lachen könnte, und auch was dazu erzählen könnte, ich habe es aber trotzdem noch nicht gezeigt, und noch nicht gespielt, weil ich gedacht habe, Mensch, eigentlich ist es Stuss, eigentlich werden die Leute irgendwie trotzdem verarscht dabei, und wer will das noch sehen, und, ähm, aber ich fand es halt irgendwie, ich fand es halt lustig, weil es halt so kaputt ist. Ich fand auch jetzt, ich habe die neueste Folge, South Park, South Park, schon aufgenommen, das wäre dann für mich die Folge, Moment, ich habe es gleich, das wäre dann die Folge, die könnt ihr noch nicht gesehen haben, wo ist es hier, wo ist es, Moment, ich habe es voll drauf, das wäre dann die Folge Nummer 19, die habe ich schon aufgenommen, und die Folge Nummer 19 ist wieder richtig lustig, bei der Folge 19 von South Park habe ich wieder richtig gelacht, nachdem ich teilweise von diesem ganzen Anal-Sonden, steckt mir irgendwas in den Arschhumor, so ein bisschen so, und dann kamen die ganzen Nazi-Zombies immer mit so, Das hat mich irgendwie mega angenervt, und jetzt kam wieder eine Folge, wo es total lustig ist, wo ich echt richtig gelacht habe, wo ich gedacht habe, toll, dass es das Spiel gibt, bei Thief denke ich oft, sind 20 Minuten aus, also Thief ist stellenweise ein bisschen langweilig, also so, aber Hobbit wird so toll, Hobbit müsst ihr alle gucken bei mir. So, jetzt habe ich genügend Themen abgearbeitet, und ich glaube, ich komme doch nur auf eine Stunde. Jetzt habe ich natürlich noch keine Gäste eingeladen. Möchte noch irgendjemand was sagen, oder was? So, der Emo schreibt, ich soll den Goat-Simulator auf jeden Fall mal probieren, der wäre total lustig, und Daniel Kaiser bedankt sich, das war kein Problem. Werde ich auch ein Let's Play von Watch Dogs machen? Keine Ahnung, das Spiel gibt es nicht, bitte frag nicht immer nach Spielen. So, ich werde, werde, hundertmal am Tag gefügt gefragt, Sirius, spielst du auch Witcher 3 als Let's Play, oder nur angespielt? Das Spiel erscheint 2015. Bin ich 2015 überhaupt noch hier? Oder habe ich mich endgültig absetzen können in die Karibik, von der ganzen YouTube Money Geschichte hier? Weiß ich nicht, keine Ahnung, und auch bei Watch Dogs. Wann erscheint Watch Dogs? Watch Dogs ist nicht mehr so lange hin, aber ich muss einfach immer sagen, ey, ein Spiel, was noch nicht da ist, ich würde ganz gern mir erstmal jedes Spiel angucken. Ich hatte auch geplant, zu Elder Scrolls Online hatte ich geplant, vielleicht ein, zwei Tutorials zu machen, und ein, zwei, drei angespielt Videos zu machen. Und jetzt gefällt es mir auf einmal, und jetzt spiele ich es halt einfach länger. Keyman hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Keyman. Wenn du Geburtstag hast, wieso sitzt du dann vorm PC und guckst hier so eine Late Night, wo ich nichts zu erzählen habe? So. Jägermeister nachfüllen. Ich habe in der Tat keinen Jägermeister da, ich hatte mir nur in der Küche so ein Glas mit, mit einem Schuss Jägermeister gemacht, und den Rest dann aufgefüllt. Also so halb, halb ungefähr. So. Bina schreibt Gute Nacht. Warum sagt Skyman-Retune der Bina Gute Nacht? Bina war vorhin im Skype online, und da habe ich noch gedacht, wieso sitzt Bina nicht im Bus? Sitzt normalerweise um diese Uhrzeit im Bus nach Berlin. Dann antworte ich dir Bina hier mal. Gute Nacht. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Soll ich irgendwas beantworten? Eigentlich wollte ich heute ein bisschen mehr mit dir machen, mit dir, mit euch zusammen machen. Und dann habe ich gerade gemerkt, dass ich jetzt eine Stunde lang einen Monolog geführt habe, den vermutlich keiner interessiert hat. Und ja, was wollen wir jetzt machen? Soll ich noch mit irgendjemandem reden? Was benutzt du, um deine Haare zu stylen? Für meine Haare benutze ich nur Wasser und Nivea. So. Thema PS4. Starten die Spiele wirklich schneller? Äh? Keine Ahnung. Watch Dogs Release ist am 27.05. Okay. War Thunder interessiert mich nicht. DayZ, Rust und so interessiert mich auch nur für den Arsch. Ähm. Softair King hat mich ganz doll lieb. Toll. Äh. Beschwert sich über 400 Euro in zwei Jahren. Dabei kosten Nuten an einem Abend so viel. Ja, aber die Nuten machen auch irgendwas anderes als Elder Scrolls Online, sage ich dir. Habe ich gehört. So. Hobbit mit Sirius ist witzig. Ja, okay. Okay, 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 okay. So, jetzt frage ich mich gerade, soll ich noch irgendeinen, soll ich noch einen einladen von euch? Möchte einer von euch, äh, mir eine Frage stellen und dann so irgendwas sagen und ich beantworte das dann und werfe den dann wieder raus oder wollen wir das mal probieren? Wollen wir das mal so spontan machen? Also quasi, ähm, der Domian des Spielgeschehens. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich mich selber höre. Ja, ich kann mich hören. Lautsprecher ist an. Ähm. Dann würde ich euch, also jeder, der, jeder, der jetzt in diesen Moment reinkommen möchte, ohne Webcam, ähm, sondern nur einfach was sagen möchte, was fragen möchte und dann wäre es nicht, ey, Hurensohn, der, ähm, der irgendwas mitbereden möchte, der kann sich jetzt, ähm, das war jetzt Zufall, ich hab mich jetzt wirklich, ich wollte jetzt nicht so, der kann jetzt, ähm, 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 der kann jetzt seinen Namen reinschreiben und sagen, ja, ich würde gern was fragen oder was sagen, dann, ähm, lade ich denjenigen ein. Dann kriegt der von mir jetzt eine PM auf YouTube, also an den Namen müsst ihr halt in eure Dingensliste gucken, in eure, äh, in eurem Posteingang. Das findet ihr unter, äh, YouTube Inbox und dann, ähm, könnt ihr irgendwas fragen und ich versuche das sinngemäß zu beantworten. So, und in der Zeit spielen wir ein bisschen Werbung ein. Boah, endlich ist Werbung, die ganzen Wichser von Zuschauern. Mann, Mann, Mann. Was, wir sind schon wieder drauf. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Hoffentlich, hoffentlich hat das keiner gehört. So, hallo und herzlich willkommen jetzt nach dieser Werbeunterbrechung. Schön, dass ihr dabei seid, die besten Zuschauer der Welt. So, dann wollen wir mal gucken, wer sich hier beworben hat. Ne, so schnell geht das ja gar nicht, weil das hat ja heute so einen tierisch langen Delay. Warum ist das heute so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich wurde aber heute auch gefragt, ähm, ob ich wieder ein Let's Eat mache. Aber ich glaube, auch alle, alle 14 Tage sollte auch ein Let's Eat reichen. Jetzt aktualisiert sich das hier nicht. Ich flippe aus, ey. Ich beiße in dieses, dieses Pop-Up-Ding rein. Jetzt steht hier seit, seit Minuten lang stehen bei mir. Was benutze ich, um meine Haare zu stylen? Es ist, ähm, Got2B Putty Spike, Spiky Putty, Putty, Spiky Pasty Putty. Das ist eine graue Dose. Ich hab das schon mal irgendwann gezeigt, weil das, äh, weil das, oh, jetzt schreibt einer. Sachin Phillips schreibt, coole, der hat aber leider nichts zu sagen. Ja, das ist Pech. Bei Domian, die haben auch nie was zu sagen. Ich find das echt gut. Ich müsste das mal unbedingt mal machen. und zwar würde ich mir dann den Emo-Bloodshot als Vormoderator nehmen. Das heißt, man müsste vorher mit dem Emo im Skype so reden und der Emo fragen, ja, was würdest du denn jetzt gerne sagen und so, ist das überhaupt, dass der, dass der, äh, dass der Herr Sirius, äh, Sirius das beantworten kann. Emo ist normalerweise, muss wahrscheinlich betrunken sein, um diese Flut an Anfragen zu bewältigen. Also da könnte man gar nicht so fragen, so, was will ich so reden und wenn der Emo dann sagt, hör mal, ich hab hier einen interessanten Gast, der hat eine super Story, ein tolles Thema und so, den musst du unbedingt mit in die Sendung nehmen. Dann würde ich sagen, ja, hallo, hier ist Sirius, du bist live auf Sendung, was ein Zufall und dann würden wir den so tun, als wenn das so ganz spontan wäre und würden den dann so reinschalten und dann könnte man so mit den Leuten irgendwie ein bisschen reden beziehungsweise sowas fragen. Das finde ich persönlich sehr gut und sehr nett. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das umsetzen soll, aber das würde mir gut gefallen. So. So, entweder habe ich keine Zuschauer mehr, obwohl hier steht noch 3.500.000 oder die Kommentarfunktion ist jetzt wirklich mal für den Arsch. Wie wär's mal wieder mit Chatroulette? Ja, Chatroulette war sehr lustig. Weiß so, Nico möchte gerne dabei sein. Und Luca, oh, Luca ist mit dabei. Hallo Luca. Ich wusste gar nicht, dass du einen Account hast. Soll ich dich mal adden? Abonnieren. So, ähm, Sirus wurde ausgestattet von Hello Kitty. So, ähm, ähm, das ist doch ganz cool. Wo gibt's bei YouTube noch einen Posteingang? Bei YouTube gibt's in der Tat noch einen Posteingang, ähm, wenn ihr einfach eingebt, YouTube, also YouTube.com slash Inbox. Oder auch, wenn ihr, ähm, ganz einfach zum Beispiel auf Video Manager klickt, dann könnt ihr auf Community klicken und dort ist auch in der Tat immer noch ein Posteingang versteckt. Wer hätte das gedacht? So, ähm, so, und jetzt lade ich aber Leute ein. So, oder jetzt sprechen mit einem. So, ähm, wer war denn der Erste? Wer war der Erste? Wer war der Erste? Oh, wir nehmen 4Mans Heals. Äh, ah ne, war gar nicht der Erste, aber ich nehme dich trotzdem. So, so, wie geht das jetzt? Welchen Link schicke ich dir jetzt? Ich glaube, ich schicke dir den Link. Ah, das wird jetzt hier wieder eine tolle Erfahrung für mich. Live Leute reinholen. Wahrscheinlich stellt ihr so eine kritische Frage, die ich nicht beantworten kann. Dann, dann tue ich so wie so, ja, ich fahre hier gerade mit dem Hangout in den Tunnel. Ja, ich kann, ich kann, bei dem nächsten, tschö. So, dann tue ich einfach so, also wenn ihr eine kritische Frage stellt, tue ich einfach so, als würde ich in den Tunnel fahren und wenn ich dann im Tunnel bin, lege ich auf. So. So, ähm, es könnte jetzt eine Minute dauern. Ich hoffe mal, das klappt. Und, ähm, ja, spannend. Normalerweise ist das ja immer so, dass sich die Leute, ich hoffe mal, das ist jetzt der richtige Link, aber eigentlich hast du jetzt einen Link und normalerweise solltest du, wenn du da jetzt gleich reinguckst, solltest du das anklicken können und dann, äh, live in der Sendung sein. Fantastisch. Boah, ich bin so community nah, ne? Gar nicht so abgehoben, wie die anderen Arschloch-großen YouTuber, wobei ich ja gar kein großer YouTuber bin. Mir ist noch aufgefallen, irgendwie ist so, dieses YouTube, also ich befinde mich genauso im YouTube-Vakuum, also mein Netzwerk, hat glaube ich so, ich sag jetzt mal so 80 bis 100 Channels und dann gibt's so diese ganzen kleinen Channels, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, ne? Und dann gibt's diese ganzen großen Channels, die gehen eigentlich so, also das, ganz unten ist so ganz viel, ganz viel, ganz kleine, ganz viel, kleine, 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 5.000 Kanäle, ganz viele, kleine, und dann geht es so weiter nach oben, und dann kommen so die größeren Kanäle und irgendwann kommt dann mal so ich mit meinen 75.000 oder 76.124, ich weiß jetzt nicht, 76.000 ist ja auch scheißegal, 75.000 und dann macht's wirklich so einen Sprung, dann kommen so ein, zwei Kanäle so mit 100, 150.000 und dann geht's direkt los, 200, 300, 500, 600, 800, also so, in diesem Bereich, wo ich mich jetzt so befinde, ich glaub, da gibt's gar keinen YouTuber mehr, so dieses mittelgroß, man kennt ihn ein bisschen, aber nicht so wirklich, und die ganz Kleinen kennt ja eigentlich keiner, doch, alle kennen natürlich auch die Kleinen, aber, also das macht wirklich dann so ein, danach geht das so los, das macht so, bam, so einen Riesensprung nach vorne, dass dann nur noch diese Mega-YouTuber kommen, ich weiß gar nicht, was da los ist, toll, dass ich aber noch so, als kleiner YouTuber, so community nah bin, und direkt mit der Basis rede, Toll, jetzt mal Werbepause, und das hat anscheinend noch immer nicht geklappt, Ah, wir waren ganz kurz offline, glaub ich, glaub, aber jetzt sind wir wieder drin, boah, ich hab auf einmal so, schade, sie haben ein Problem, und so, und dann konnte ich direkt wieder beitreten, ein Glück, ein Schweineglück, meine Freunde, so, Posteingang, so, wo sind wir jetzt, ich guck mal eben auf dem, ähm, ja, da kommt schon wieder dieses Wielbackpack, blablabla, Backpack, also, wenn ich jetzt, ich lade jetzt mal noch jemand ein, wenn ich den mal noch ein, ich lade mal Weißtuniko ein, so, dem Weißtuniko schrieb ich jetzt auch mal eine Mail, Falls du das sehen, hören solltest, tralala, dann kannst du mal gucken, ob du das annehmen kannst. Weil, 4Mans Heals, das ging auf jeden Fall nicht. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Ich schicke mal noch eine zweite Einladung raus. Mann, das ist auch so, wenn man so communitynah sein will, das klappt irgendwie gar nicht. Weil die Community weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh doch, wir haben einen Zuschauer. Wo ist das hier? Nein! Google Effects wird geöffnet. Achtung, Achtung, Achtung. Hört man mich jetzt? Ja, man hört mich. Also ich höre dich auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Sirius. Ja, gern geschehen. Und, ja, ich habe auch schon direkt eine Frage an dich. Und zwar wollte ich dich fragen, was dich immer wieder motiviert, auf YouTube weiterhin Videos zu machen, obwohl du ja öfters mal zum Beispiel irgendwelche Kritiken bekommst oder trotz Hater. Geld. Es ist einfach YouTube Money, es ist einfach dieser Wohlstand, den Luxus, den ich genieße jetzt, ab nächste Woche Dienstag eine Putzfrau haben zu können und so. Das ist ja in der Tat so, dass das jetzt einfach schon ein Projekt ist, was relativ lange läuft, über mehrere Jahre und wie soll ich das sagen, also im gesamten Volumen, also wenn ich mir immer so meine Analytik-Tools angucke, wie sich so diese Kurve verändert, ob die Abonnenten steigen oder nicht, dann läuft es im Moment so in diesem Jahr so gleichmäßig gut, sag ich jetzt mal, in diesen ersten drei, vier Monaten. Und dann kommen natürlich immer wieder so diese Leute hinzu, die Kommentare schreiben, wo du denkst, so Oh, geh weg! Geh wirklich! Also das hat man wirklich ganz oft, dass man gar nicht so sehr wahrnimmt, dass viele Leute schreiben, ey, es ist toll, super Video, hey, super geil und so, super, super, so gut, geil. Das nimmt man gar nicht so sehr wahr. Und das ist mir auch gar nicht so sehr wichtig, dass das so viele Leute schreiben. Du nimmst eher wahr, wenn dir Leute so auf den Sack gehen, weil du manchmal denkst, ey, müssen so viele Leute eigentlich so doof sein, die bei dir zugucken. Und im Endeffekt ist es dann eigentlich mehr, ich sag jetzt mal, also es ist schon motivierender, wenn ein Video gut geguckt wird, wenn ein Video viele Klicks hat oder viele Daumen nach oben hat, aber dann einfach denkt, das mögen die Leute. Also ich brauche jetzt nicht da stehen zu haben, ey, du bist der Tollste, du bist der Beste, schönstes Let's Play oder so. Ja, klar. Aber wie man sieht, das hat viele Views und viele Daumen nach oben, dann macht das wieder ein Stück weit Spaß. Und dann ist es immer noch so, dass ich wieder merke, dass mir dieses dieses Belabern von Videos halt auch irgendwo noch Spaß macht. Ja, also es ist schon so, dass ich manchmal, ich hab zum Beispiel gestern und vorgestern Abend, könnte ich sagen, hab ich hier so gesessen und wirklich so, ich hätte so Videos machen müssen, machen können, ich hatte halt Zeit und hab wirklich hier so gesessen und so gedacht so, also du hast auch wirklich mal Tage, wo nichts geht, ja, wo du dann einfach nicht weiterkommst, einfach nicht produzieren kannst und so und wenn du dir dann mal so zwei, drei Tage, ich will jetzt nicht sagen frei nimmst, aber wenn du mal so zwei, drei Tage einfach nicht intensiv YouTube machst, dann ist auf einmal wieder so der Schwung da. Es gibt aber jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich sage so, boah, ich hab das als Motivationsquelle und ich brauche das unbedingt und das habe ich eigentlich nicht. Also bei mir ist es auch so, dass bei mir auch relativ das Interesse immer an einem Thema wieder nachlässt. Also ich könnte jetzt nicht wie Gronkh tausend Folgen Minecraft machen. Ich glaube, da wäre ich tot eingeschlafen. Also bei mir ist das so ein bisschen die Abwechslung, mal was Neues ausprobieren und so und ein Stück weit natürlich ist auch einfach Erfolg ein Motivator, finde ich jetzt. Also ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen so... Ne, ne, super beantwortet, wirklich. Ja. Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist ja, dass in vielen deiner Videos es meistens dann auch zu Fanboy-Kriegen kommt, die dann unter deinen Videos dann ausdiskutieren oder wenn du, keine Ahnung, Xbox One was zeigst, dass dann die Playstation-Fanboys dann kommen, denen einen Daumen runter geben, was ich ja auch ziemlich unfair finde, weil du kannst ja nichts dafür, dass du eben beide Konsolen hast. Ja, das habe ich mich dann gewöhnt. Also am extremsten war das wirklich, wo das hieß, glaube ich, Xbox One, ich habe es getan, da habe ich ja gesagt, ich habe mir eine Xbox One vorbestellt und so eine Vorbestellerbox reingehalten und da war es wirklich, da war es halt mega extrem, dass die Leute das absolut gehatet haben, wo ich auch wirklich dann eine Menge Leute gebannt habe, wo Leute geschrieben haben, ey, D-Abo, weil ich mir eine bestimmte Konsole gekauft habe und das fand ich schon, ich fand es halt einfach dumm. Ja, und da muss ich sagen, wenn die Leute stellenweise einfach so dumm sind, dann, da habe ich 325 Daumen nach unten bekommen, ich habe das mal nachgeguckt. Und ich sage mir da manchmal selber, oder ich versuche mir zu sagen, wenn die Leute so dämlich sind und so wenig Hirn haben und das nicht verkraften können, dass irgendjemand was anderes vielleicht auch gut findet und jetzt nicht nur gut findet und, sondern dass jemand anders auch was anderes gut findet als sie selber und dass man das dann beten muss, dann denke ich mir, die Leute sind einfach schwachsinnig und die möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ja, klar. Also mir geht das halt, ich bin ziemlich, ziemlich Anti-Fanboy-Krieg, muss ich sagen, mir gehen auch, ich bin ja selber eigentlich mittlerweile PC-Spieler, habe immer neuesten PC, größte Grafikkarte und so weiter, spiele fast alles, was ich spiele auf dem PC und trotzdem gibt es nichts, was mir mehr auf den Sack geht als dieses PC-Master-Race, ja, also dass die PC-Spieler sich für was Besseres halten. Also mit Fanboys kann ich, ich weiß nicht, ob das mein Alter ist, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich kann da nichts, gar nichts mit anfangen und die Leute sind halt einfach dumm und ich habe damit gelernt zu leben, dass viele Leute halt einfach dumm sind. Jetzt natürlich nicht diese supergeilen Zuschauer, die jetzt mit dabei sind, aber viele Leute sind halt einfach dumm und viele Leute kommen halt einfach so vorbei und schreiben, äh, voll Asi, äh, Zeiss, äh, und so und dann sind die wieder weg und am besten, wenn ich so Leute lese, versuche ich die auch direkt wirklich rauszuschmeißen und dann, dass ich die nie wieder lesen muss, weil dafür ist mir dann meine, meine persönliche Zeit zu schade, mich mit solchen Idioten auseinanderzusetzen. Ne, klar, kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall nochmal Dank für die Einladung. Gern geschehen. Was ich auch noch sagen wollte ist, ähm, also ich finde das wirklich cool, dass du auch sehr oft in den Kommentaren dann, äh, mit den Usern diskutierst oder ein paar Sachen beantwortest und wollte ich einfach bitten, dass du das einfach beibehältst, weil bei vielen YouTubern, die schon etwas mehr Abos haben, ist leider nicht mehr so, dass man dann mit denen in den Kommentaren auch so diskutieren kann und, äh, ja, beilt das einfach bei und bleibt, wie du bist. Ja, dann sage ich Dankeschön, äh, danke, dass du dabei warst und, ähm, wir lesen uns. Ja, schönen Abend noch. Hau rein. Hau rein. Wie cool, wir hatten Zuschauergast. Ja, möchte ich ausschließen. Perfekt, wie cool. So, ich hatte noch Weiß und Nico eingeladen, der noch nicht reingekommen ist, ähm, aber super, oder? Was meint ihr? War das jetzt so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich fand das total gut. Das ist, ähm, das ist das, was ich eigentlich immer bei diesen Hangouts probiert habe, auch wenn ich Gäste eingeladen habe mit dieser Bewerbung, dass ich gedacht habe, dass man wirklich mit Zuschauern spricht und, ähm, halt mit Zuschauern spricht, die gerne mitreden wollen, die gerne was fragen wollen, die gerne, ähm, irgendwie, ähm, also ich habe ja so oft gehabt, und das ist auch vollkommen okay, dass die Leute, das habe ich auch schon mal gesagt, dass die Leute sich dann ein bisschen selber produzieren wollen, dass die Leute dann selber irgendwie sich darstellen wollen oder irgendwie sowas. Und das finde ich halt persönlich, dann, ähm, ich finde es halt gut, wenn jemand, ähm, reinkommt, zwei, drei Fragen stellt, mal irgendwas zum Thema sagen möchte oder, oder eine Frage beantwortet haben möchte. Das finde ich halt total gut. Gut, ich lade jetzt mal noch den Hans ein, weil der weiße Nico anscheinend, ähm, nicht reingekommen ist, wie auch immer, oder nicht mit dabei war oder noch ein Mikrofon anschließen muss. Und das finde ich ist ein gutes Sendeformat. Das ist, oh, jetzt muss ich aufstoßen. Ha, nein, das war jetzt nur Spaß, das habe ich nur simuliert. Aber ich finde, das ist irgendwie so, das ist quasi ein Live, ihr fragt, sie sagt, das finde ich super. Das gefällt mir richtig gut. Toll, dass das so geklappt hat. Schön, wie du lügen kannst, ohne rot zu werden. Ja, das können wir, Berufs-YouTuber. Und, ähm, Simarino schreibt, der hat gerade nur Standbild, dann, ähm, fuck your Internetleitung, mein Freund. Ha, 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 ha. Hast du auf der Gamescom mit einem DICE-Rechner gezockt? Ist der besser als dein PC? Ha, 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 ha. Nein. So. So, so, so. Mal gucken. Peter Pan macht da mal Chatroulette. Du bist aber nicht abgehoben bei uns. Und darum lieben wir dich, ein Mann des Volkes. Luca, möchtest du auch rein? Dann lade ich dich auch rein. Darkmein84 schreibt, er ist 1,75 Meter, ob er dann ein kleiner YouTuber wäre. Nee, du bist ein mittelgroßer YouTuber, wie Marinho schon schreibt. Ähm, mh, 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 so. Nein, 11. So, das ist, äh, toll, dass das bei einem geklappt hat, aber anscheinend sonst bei niemandem. Äh, 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 äh. So, ich will was fragen. Okay, hier haben wir noch jemanden. Sebastian Grimmer würde auch gerne was fragen. Ich lade jetzt mal noch ein, zwei Leute ein und mal gucken, ob da noch, äh, irgendjemand von, von reinkommt und eine Frage stellen möchte. Aber, ihr könnt mir mal, wenn ihr Bock drauf habt, jetzt, ich will jetzt niemanden nötigen, ähm, aber wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir überhaupt mal sagen, was ihr von dieser Idee haltet, dass man live ganz, so, so, halt kurz wirklich mit den Leuten redet. Also, dass die Leute nicht halt für eine Stunde drin sind, sondern, soll ich mal, ein, zwei Fragen stellen können, wie das gerade auch so war. Und, ähm, ja, wie ihr das so findet. Braucht mal keine Webcam für, wirklich am besten nur Mic und Mikro und so. Und dann, äh, ja. Hallo, hier ist der Domian des Gaming-Fernsehens. So, ich hab jetzt mal noch eine Einladung verschickt. Dann mal gucken, ob wir noch jemanden hineinbekommen. Ja, und ansonsten, muss ich gestehen, ich schaffe, wenn ich alleine bin, schaffe ich wirklich nur eine Stunde, oder? Und, und hat schon so diese erste Stunde, dieses leidenschaftliche Elder Scrolls Online-Gespräch, hat uns schon so über die Zeit gerettet. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, so zwei, drei Themen anzusprechen. Aber ich hab gedacht, das mit der Werbung und mit dem YouTube und finanziell und wasser, das ist irgendwie doch total öde, oder? Oh, wir haben einen neuen Gast. Hervorragend. Moment, Moment, Moment. So, Ronny, ich weiß jetzt nicht, ob du mich hörst. Ich hör dich nur nicht. So, zur Info, Ronny, oben gibt's so ein, wenn du mit der Maus nach oben fährst, über dieses Bild hinweg, gibt's ein kleines Zahlenrad. Das nennt sich Einstellungen. Wenn man das anklickt, kannst du oben sehen, Webcam, dann kommt das Mikrofon, der Standard-Lautsprecher, da halt in der Mitte das richtige Mikrofon auswählt. Hab ich das doch nicht gemacht. Ja, perfekt. Warte mal, nochmal. Mit Applaus. Der gute Einführung von dir habe ich ja wunderbar gefunden. Ja, serius. Ja, hi. Erstens übrigens, ich bin der Hans, nicht der Ronny jetzt in dem Sinne. Qua, ist das mein richtiger Name, aber ja, ich wollte dich einfach mal fragen, auch als kleiner YouTuber, also ich bin ja wirklich ganz, ganz klitzeklein, mich würde mal interessieren, wie du das siehst mit den Adblocker. Finde ich scheiße, muss ich sagen, weil ich natürlich, muss man einfach so raushauen, weil ich natürlich dadurch einfach kein Geld verdiene und auch wenn das primäre Ziel, wie das ja immer so, also vorbeten und predigen, nie sein soll, dass man YouTube wegen Geld macht und man macht ja YouTube nur wegen Spaß und wegen so, jeder fängt YouTube wegen Spaß an, aber wenn du einmal hast damit begonnen, Geld zu verdienen, dann fühlst du dich natürlich auch ein Stück weit betrogen von den Leuten, die den Adblocker benutzen, weil das Video, was ich mache, kostet keinen Pfennig. Ich investiere Stunden von Zeit in YouTube. Ich investiere Geld in Kameras, Mikrofone, Lampen, Equipment und was weiß ich nicht noch alles und die Leute bezahlen dafür keinen Pfennig, sondern gucken vorm Start des Videos teilweise 5, 6, 7 Sekunden Video und manche Werbung und manchmal auch 10 oder 12 Sekunden. Wesentlich weniger, als es in jedem Fernsehserienformat irgendwie vorhanden ist. Also ich gucke 10 Sekunden wie Werbung vielleicht und gucke dann den YouTuber meiner Wahl und die Leute blocken das noch, weil ihnen das nicht wert ist, weil ihnen das zu lästig ist und die einzigen, die darunter leiden, sind die YouTuber und ich. Ja, also es ist nur noch, ich sage jetzt mal 50 oder ein Drittel, 30 bis 50 Prozent wird nur noch Werbung geschaltet. Finde ich persönlich kacke, muss ich sagen, weil ich dadurch einfach weniger Geld verdiene. Geld verdienen ist zwar nicht das primäre Ziel, aber ich fühle mich von solchen Leuten irgendwie so ein bisschen betrogen, sage ich jetzt mal so, wenn ich das sagen darf. Ja klar, natürlich. Ich habe da letztens mit einem anderen YouTuber auch drüber gesprochen. Er sagte ganz klar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er es genau gesagt hat, aber ihr habt auf jeden Fall mehr Scheiß-Werbung in eurer Scheiß-Daily-Soap als bei uns hier. 30 Sekunden kann sich, glaube ich, jeder reinziehen. Und es sind ja nicht mal, also ein Großteil der Werbung ist ja wirklich das mit dem Skippen und für das Skippen der Werbung bekommst du, glaube ich, bekommst du, glaube ich, so gut wie nix. Also man bekommt ja mehr Geld, umso länger die Werbung läuft und mehr Geld, wenn man zum Beispiel die Werbung auch anklickt, dann ist das so gewertet, wie das hat den interessiert, das hat den weitergeleitet, tolle, super, super, super Werbung und so und ich glaube nicht, dass es irgendjemandem wehtut, diese sechs Sekunden anzugucken. Das glaube ich einfach nicht. Und zum Beispiel auch... Das muss ich ja erwarten. Ich meine, wir haben ja auch Kosten in dem Sinne. Ich sage jetzt mal, wenn man nicht unbedingt gesponsert hat, du wurdest von Anfang an auch nicht gesponsert, hast mit Sicherheit einiges investiert und wenn du dann die Kosten mal hochrechnest, bis du das alles wieder raus hast, ich habe es bei mir gesehen, ein Anständiges, wenn du das alles so siehst, man macht es aus Spaß für die Leute zur Unterhaltung, guckt, dann holt sich noch die Spiele dazu. Ich meine, die meisten Spiele kosten richtig Kohle. Allein das Grundgerät, PC, sonstiges. Und dann siehst du das, ich verfolge das ja aktiv bei mir selber auf dem Kanal, guckt da halt, ach, die Aufrufe, dann siehst du wirklich Aufrufe, wo du, sag ich mal, eine halbe Stunde da gesessen hast, wie du vorhin schon gesagt hast, 15 Mal neu angefangen, weil einfach alles scheiße lief und dann guckst du auf einmal und sagst, ja, jetzt gucken die das zwei Minuten und schalten weg. Ja, okay, das kann man natürlich leider nicht beeinflussen, wenn die Leute das nicht interessiert, im Endeffekt. Das ist natürlich schon mies, aber ich sag jetzt mal, was du schon richtig angeführt hast, sind ganz einfach die Kosten, denn, also der PC läuft fast 24-7, ja, also der PC läuft hier fast durch, also selbst wenn ich nicht da bin, rendert der teilweise Videos, dekodiert irgendwelche Dateien und solche Geschichten, lädt irgendwelche Videos hoch, das heißt, der läuft hier fast rund um die Uhr. Da will man gar nicht mal hochrechnen, was der jetzt an Strom frisst, neben diesen ganzen Fotolampen, die hier stehen und mich gerade anstrahlen und mal ganz abgesehen von dieser ganzen Zeit, die man investiert und dann finde ich es so bitter, dass die Leute nicht mal in der Lage sind zu sagen, ey, Adblock aus und das läuft für mich, ja, also ganz viele Leute so, ey, mein Adblock, super, super geil und so und ich kann nur sagen, Adblock, super, super scheiße für jeden, der YouTube macht, weil es geht einem einfach um den Sack und es ist ja zum Beispiel auch so, dass es gar nicht so sehr nur die Werbung ist, die in dem Video läuft, also hier so Bon, sondern es gibt ja auch links und rechts neben dem Video gibt es ja auch irgendwie so ein Feld, wo dann zum Beispiel Amazon Werbung läuft oder bei mir ist ganz oft, ich gucke immer bei Tomann nach neuen Mikrofonen und sowas und bei mir, ich habe ganz oft diese Tomann Werbung rechts neben dem Video. Das tut keiner Sau weh, aber der Typ, der das Video gemacht hat, wenn ich bei irgendjemand anderem was gucke, der kriegt da vielleicht von mir einen Cent oder einen halben Cent oder irgendwas für, da muss ich doch nicht nur sagen, das nehme ich dem weg, weil ich will nicht, dass ich da Tomann Werbung sehe oder so, das ist mir doch scheißegal. Und deshalb, also es gibt ganz viele Leute, die feiern Adblock tierisch und die meinen, das ist das Nonplusultra und es geht nicht ohne. Ich muss sagen, für mich ist es halt einfach kacke, weil es einfach mich dazu, ja, ich weiß nicht, also mich, ich könnte wesentlich mehr machen oder wesentlich tollere Sachen oder es wäre wesentlich geiler, wenn jetzt wirklich niemand mehr Adblock hätte und YouTube arbeitet ja immer noch auch daran, Verfahren zu finden, wie man Adblock umgehen kann und was ich immer gesagt habe, das ist ganz einfach so, wenn YouTube merkt, irgendwann, es kommt kein Geld mehr rein, weil alle Adblock benutzen, dann wird es ganz einfach so sein, dass YouTube sagt, wir suchen uns neue, oh, jetzt habe ich hier eine Webcam, wir suchen uns neue Wege, wie wir Geld verdienen und das wäre dann letztendlich vermutlich das YouTube Premium Abo, wo man dann vielleicht einfach mal 3,50 Euro im Monat bezahlt, um zum Beispiel HD Qualität zu haben. Ja, also das wäre zum Beispiel ein Modell, was YouTube ohne weiteres einführen kann, dass man sagt, dass die einfach sagen, ja, okay, bis 360p kann jeder freigucken, aber wer 720p, 1080p haben will, der bezahlt mal bitte unseren Premium Account oder dass die einfach sagen, ich meine, wir laden ja heute die Videos hoch und die Videos werden ja von YouTube verarbeitet und für die wäre es kein Problem, direkt in das Video Werbung mit einzubinden, die halt selber Videomaterial sind. Also ich könnte jetzt zum Beispiel in ein Video immer so ein Trailer reinschneiden, wo zum Beispiel Asus reinfliegt, das würde ich immer in ein Video reinblenden, das kann niemand wegblenden und das gleiche könnte YouTube auch machen. Also entweder könnte YouTube Zwangswerbung ins Video mit einführen, die man nicht per Adblock machen kann oder YouTube sagt, wir wollen einen Premium Account machen. So, und was haben die Leute dann davon? Es wird noch beschissener, weil man vorher unbedingt Adblock nutzen wollte. Ja, vor allem man muss es halt einfach genau auch mal von der Schiene sehen, der Zuschauer, der jetzt sich da eine halbe Stunde vorsetzt oder auch eine Stunde. Ich möchte nicht sagen, dass das alle sind, aber selbst bei mir, ich beobachte, es sind locker 70 bis 75 Prozent, die ein Adblock nutzen. und ich weiß Gott nicht die Aufrufe, die du hast. Ich habe vielleicht das, was du auf zehn Videos hast, habe ich vielleicht auf alle bisher und das sind dann, sage ich mal, schon Daten, wo ich ja auch mal umrechnen kann, was in Kronk, was du, egal, wie man das halt so sehen will, kann man das ja mal rechnen, dann denkt man sich so, mein Gott, jetzt setzt er sich da hin, macht noch eine Late Night, hat dann 500, 600 Zuschauer, ich verfolge dich ja schon eine Weile, kennen uns ja auch mal, haben ein bisschen geschrieben. Ich frage mich dann auch, wie der Vorredner eben schon genau sagte, was treibt einen da noch an? Und ich sage mal, klar, bei dir ist es jetzt so, du hast viele Sachen von außen, diese Asus-Geschichte, das freut mich, finde ich sehr gut, vor allem finde ich es auch gut, dass du es ansprichst. Viele YouTuber, die man so sieht, ja, ich habe da jetzt die Sache, die kann ich euch vorstellen und im Endeffekt, redet der aber nicht Klartext, ja, bei dir kommt es, sage ich mal, authentisch rüber, dass du sagst, pass auf Freunde, ich feiere das auch, dass ich jetzt hier bei Asus, sei es der dicke Vertrag oder auch nicht der dicke Vertrag, aber es ist eine coole Sache, finde ich total geil, ja, sowas kommt authentisch rüber für mich und nicht, ja, ich meine, klar, dass man nicht drüber reden darf, bla 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 bla, die ganze Geschichte wissen wir ja, aber du finde ich, finde ich einfach genial, deswegen auch die Geschichte jetzt hier, dass man einfach mal als Mitglied deiner Community einfach mal rein darf, finde ich einfach spitze, feiere ich, finde ich super. Schön, das freut mich, also um die Themen nochmal so ein bisschen abzuklappern, ja, das mit zum Beispiel mit der Werbung, also es ist in der Tat so gewesen, dass ich alles, was ich bisher angeboxt habe und vorgestellt habe, außer diesen Zotac-Geschichten, ich hatte ja auch schon mal was mit Zotac, dass ich die Grafikkarten gestellt bekommen habe, wo ich aber auch gesagt habe, hey, Powered by Zotac und so, dann habe ich da glaube ich zwei oder drei Videos zu gemacht, war es halt immer so, dass normalerweise die Hersteller die Produkte so schicken und dass es dann auch immer unterschiedliche Hersteller sind, das ist dann kein Sponsoring, sondern die schicken dir halt einfach ein Produkt, ich stelle es vor und danach lande es irgendwie im Regal. Und bei Asus ist es jetzt wirklich so, dass ich bei Asus zwei der Sachen vorgestellt habe und denen das so gut gefallen hat, dass die gesagt haben, wir können uns einfach da eine nähere Zusammenarbeit oder eine weitergehende Zusammenarbeit mit dir vorstellen, uns gefällt das sehr gut, hättest du Lust dazu. So, und dann habe ich da nicht lange überlegt, sondern habe das für mich selber gefeiert, habe gedacht, ey, wie geil, so eine Riesenfirma kommt an und sagt, wir können uns vorstellen, mit dir auf Dauer was zu machen, dann würdest du von uns das und das bekommen oder was würdest du denn gerne haben und dann kann ich sagen, hey, olle olle, also da finde ich, braucht man die gar nicht hinterm Berg zu halten und das ist für mich eine tolle Sache und ich glaube, es schadet niemand, der mir zuschaut und daher finde ich es einfach gut. Und zweiter Thema, dass man von der Community reinkam, also ich glaube, ich habe mich immer schon so ein Stück weit noch bemüht, in den Kommentaren mitzureden, insofern das noch möglich ist. Also, ich kriege auch ganz vieles nicht mit, manchmal lese ich auch so nach drei Monaten einen Kommentar, der dann drei Monate alt ist, wo einfach so eine ganz simple Frage steht, die ich so hätte beantworten können, die ich aber dann einfach bei, ich kann dir doch sagen, ich kann dir sagen, wie viele Kommentare es sind im Monat, die du dann einfach nicht mehr mitbekommst. Aber ich versuche es halt noch ein Stück weit und mir macht es auch, also auch die Late Night ist für mich absolut ein Non-Profit-Geschäft. Ich glaube, der Rechner frisst mehr Strom oder die Flasche Wasser und die Energydrinks kosten mehr Geld als das, was ich zum Beispiel mit einem Hangout einnehme. Ich denke auch, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, viele deiner Zuschauer oder auch generell der Zuschauer auf YouTube wohnen noch zu Hause, haben, sage ich mal, diese Kosten, die wir jetzt so kennen, wenn du alleine wohnst oder halt mit Familie, in meinem Fall mit Frau und Hund, dann ist das irgendwie so, dass du ja ganz anders rechnest. Du musst halt gucken, dass die Miete bezahlt ist, der Strom, das Telefon, das Internet, damit du erstens YouTube machen kannst und zweitens musst du dann noch eine Plattform haben, PC, Xbox, Playstation, whatever und dann fängst du halt an, dir auch noch Spiele zu kaufen und das sage ich mal, ja gut, ich glaube, da können wir ja deine Late Night heute sprengen und die Zeiten tothauen, ein bisschen geht nicht mehr, aber weißt, worauf ich hinaus will und ich denke einfach, es gibt einfach zu wenig Leute, die jetzt, also wir regen uns alle drüber auf, aber es gibt zu wenig Leute, die, sage ich mal, dagegen was irgendwas machen. Es war ja auch, glaube ich mal, ein Gerücht im Umlauf, YouTube kauft einfach die Firma Adblock und damit hat sich das Thema für die erledigt. Nur dann wird wahrscheinlich irgendein anderer kommen und sagen, okay, hey, die haben die gekauft, dann mache ich da jetzt auch ein Adblock extra. Genau, dann entwickle ich das Gegenmodell einfach oder sowas. Nee, aber das sind so einfach die Sachen. Ich denke einfach nur noch mal zurückzukommen, also das Jüngeren einfach gar nicht so, wie du schon sagtest, die Flasche Wasser von Schleichwerbung, Gerotstein. Gerotstein, Das sind wahrscheinlich mehr als jetzt du heute da in dem ganzen Video oder sonst was machen würdest. Ja, ein Hangout ist, ich will jetzt nicht sagen Verlustgeschäft, aber diese Hangout-Geschichten sind wirklich zum Beispiel auch reine Community-Sachen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, es sind im Monat, also in den letzten 30 Tagen waren es halt knapp 6.000 Kommentare und die ich im Monat, also pro 30, in den Monat bekomme ich hier anscheinend um die, um die, ich kann auch gucken, letztes Jahr im Schnitt, da sagen wir mal einfach, im letzten Jahr habe ich 170.000 Kommentare bekommen. Also da wollte ich nur sagen, ich kann ja halt nicht jeden Kommentare lesen und nicht mehr jeden beantworten, aber diese, diese, diese Late-Night-Geschichten sind auch reine Community-Geschichten. Das habe ich neulich schon erwähnt, da habe ich mich mit jemand, da habe ich mich mit dem Jan unterhalten von 61 Minuten Sex, der ist auch bei Gamecube in meinem Netzwerk, also mit dem habe ich schon mal so auf Skype Kontakt, der hat so einen Kanal, das ist so Dr. Sommer des YouTube, die sprechen alle so Themen, ja genau, und die sprechen alle so Themen an und er hatte sich so meinen Kanal angeguckt und er hat gesagt, ja, wie willst du denn da mit neuen Zuschauer gewinnen und da habe ich noch so gesagt, ja, mit den Formaten, wie ihr fragt, Let's Eat, Hangout und so habe ich immer gesagt, da will ich gar keine neuen Zuschauer mit gewinnen, sondern da möchte ich einfach, dass die Leute, die da sind, sich so wohlfühlen oder das ist einfach so Community-Arbeit und ich weiß jetzt nicht, ob es mir so geht, aber wir machen das mit dieser Community zusammen, wenn es jetzt halt nicht diese absoluten Vollidioten sind, die ich dann auch aus meiner Community wieder entferne, da macht mir das halt auch einfach ein Stückchen weit Spaß und das ist das, was halt einen so dann auch ein Stückchen weit dann noch motiviert, das zu machen, wenn man so das Gefühl hat, das ist so eine Gemeinschaft oder Leute, die einen immer gucken oder viel gucken oder so, das ist einfach eine ganz schöne Sache, finde ich dann. Ja, wenn du noch jemanden hast, dann würde ich auch Platz machen für den Nächsten, ansonsten, ich habe so viele Sachen, aber wie gesagt, das würde halt alles springen hier in den Zerben. Gut, dann sage ich erstmal danke, dass du reingekommen bist, so spontan und das Format so neu aufbelebt hast und das lässt sich sicherlich nochmal wiederholen, dann würde ich jetzt gucken, ob noch der Nächste wieder reinkommt, weil eigentlich müsste jetzt immer nur einer reinkommen können, den ich eingeladen habe, also wenn einer rausgeht, könnte vielleicht noch einer reinkommen, ob das jetzt noch klappt in den letzten 10 Minuten vor Sendungsende, kann ich nicht sagen, aber gute Fragen, gute Beiträge, wunderbar. Super, ich danke, dass ich dabei sein durfte und bleib so, wie du bist. Alles klar. Schreiben. Ciao. Ciao. Ja, wie cool, ne? Es läuft so super. Ich finde das toll. Ich finde das, das gefällt mir absolut gut. Also gerade, mir gefällt das auch gerade so ganz gut, dass das so, ja, so ein Live-Rein-Sagen-Fragen und jetzt beide total nett und so, es kann ja auch einer reinkommen und der sagt, äh, du bist ja total Honk und so. äh, so, 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 jetzt haben wir ganz viele Ad-Block-Sachen hier. Also, Freaky Runny O schreibt, ich benutze Ad-Block im Moment, ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm für euch ist. Also, man muss einfach so sagen, ähm, nur muss ich die Porn-Werbung aushalten bei Movie 4K. Nein, man kann es in der Tat, man kann auf jeder Seite, die man guckt, kann man sagen, ey, auf der Seite den Ad-Block aus. Also, zum Beispiel, man kann sagen, auf YouTube kein Ad-Block an. Und, ähm, also es ist ja nicht, man muss das jetzt so nicht sehen, für mich geht die Welt jetzt nicht unter dadurch. Aber, ähm, und, und, ähm, keiner macht mit seinem Ad-Block alleine irgendwie einen, einen Schaden, der mehrere Euros wert ist. Ja? Sondern jeder macht quasi einen Mini, 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 Mini Schaden. So einen Mini Schaden von vielleicht zwei Cent im Monat. Wenn aber jetzt 75.000 Leute einen Schaden machen von zwei Cent im Monat, dann sind das am Ende 150.000 Cent. Sag ich jetzt mal so. Ja, also so in, in diesen Dimensionen muss man denken. Also, niemand macht einen richtig großen Schaden, aber dadurch, dass alle diesen ganz, ganz vielen kleinen Schaden machen, wird es halt irgendwie dann doch irgendwann doof. So, und ich glaube, ähm, die zwei Leute, die ich noch eingeschrieben hatte, scheinen nicht mehr mit reinzukommen. Ich gucke nochmal einmal ganz kurz durch. Scheint aber so geblieben und gelaufen zu sein. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich beim Lesen hier nicht so einschlafe. Aber das Mikrofon würde mich immer aufwecken. So, meine lieben Freunde, ähm, ich glaube, die zwei Einladungen, die ich rausgeschickt hatte, haben vielleicht doch nicht funktioniert oder die haben die nicht bekommen oder das nicht geschnallt oder nicht, obwohl ihr laut gerufen habt. Also, ich hatte jetzt insgesamt vier Leute eingeladen, zwei davon sind reingekommen. Immerhin schon mal eine Quote von 50%. Und, ähm, vielleicht ist das auch wirklich mal nochmal so eine Idee, für eine komplette Late Night, ein eigenständiges Format daraus zu machen, finde ich relativ schwierig, aber vielleicht kann man auch mal machen, so, ich habe mir eigentlich gedacht, eine Late Night mit Gästen, und dann wieder im Wechsel eine Late Night, ich alleine. Also, die Late Night mit Gästen, das, oder man kann das generell vorher nicht bestimmen. Also, manchmal ist eine Late Night, die ich alleine mache, sehr produktiv, sehr engagiert, sehr community nah, sehr mit euch zusammen und so, und manchmal rasseln die Themen raus wie nichts. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich hier so sitze und denke so, naja, in einer Stunde hast du eigentlich nicht mehr so viel alleine zu erzählen. und manchmal ist das aber auch mit Gästen so, dass du denkst, boah, heute habe ich wieder so einen Bombengast und das ist super, das war mir letztes Mal so toll. Und dann ist es dann vielleicht manchmal auch mit Gast gar nicht so interessant, wie man sich das vorher vorgestellt hatte. Man kann das bei einer Live-Sendung schwierig, schwierig vorausplanen und einschätzen. So, vielleicht wäre es aber mal eine Idee, einmal im Monat so eine Sache zu machen, wo euch die halbe Sendezeit gehört, wo ihr reinkommen könnt und direkt Fragen stellen könnt und dass man dann so sagt, okay, jeder Zuschauer hat halt zwei Minuten Zeit oder fünf Minuten oder wie auch immer und man geht so ein paar Dinge durch, die euch interessieren und macht dann halt einfach das noch ein bisschen näher. Also ich versuche immer die Kommentare mitzulesen, es ist aber in der Tat auch teilweise so, was ich gerade gesagt habe, mit 6.000 Kommentaren in den letzten 30 Tagen, dass du nicht alles mitbekommst und auch selbst wenn ich manchmal so rede, dann so ein bisschen nicht mehr alle Kommentare so wirklich, das geht hier so, rasselt das ja manchmal so durch. Ich hoffe trotzdem, dass euch die heutige Friday Late Night ein ganz klein bisschen gefallen hat. Heutiger Schwerpunkt zum Start der Sendung sicherlich Elder Scrolls Online mit einem furchtbaren Abo-System, obwohl das Spiel mir ganz gut gefällt, auch wenn es kein Skyrim ist und wenn es mehr World of Warcraft geworden ist. So, wenn ihr Bock haben solltet, wenn euch jetzt furchtbar langweilig ist, dann empfehle ich euch jetzt noch ein Video von mir und zwar, ich empfehle euch heute, ne, ich empfehle euch heute gar kein Video von mir. Ich würde euch heute empfehlen, falls ihr das am Freitagabend guckt, dann geht jetzt lieber mal schlafen und dann seid ihr morgen schön fit und wenn ihr das an einem Samstag gucken solltet und morgen die Sonne scheint, dann empfehle ich euch jetzt, macht mal einen Rechner aus, geht mal ein bisschen rauf, geht mal ein bisschen laufen, geht mal ein bisschen joggen. Ich war heute Fahrradfahren im Übrigen, hat Spaß gemacht, auch wenn nicht 100% die Sonne geschehen hat, also ab und zu mal noch ein bisschen das Leben abseits des PCs von YouTube, von Let's Play, von Gaming und was weiß ich genießen. Ich freue mich, dass so viele noch mit dabei waren. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Bock drauf habt und wirklich bis zum letzten Ende mit dabei seid, dann Daumen hoch für euch und hoffentlich drückt ihr auch einen Daumen hoch für mich. Danke dafür, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ihr müsst jetzt abschalten.